Zukünftige Jungingenieure aufgepasst, das seht ihr demnächst bei TechTV. Einsatz im Müllberg, wie korrosionsfreie Sensormodule die Umwelt schützen. Wie wird aus einem analogen Ton ein digitales Pfeil? Im TechCheck bekommt ihr von Professor Denninger richtig was auf die Ohren. Gewinnt einen coolen Induktionslautsprecher für euer Handy im TechTV Quiz und erzeugt damit euer eigenes Soundmagnetfeld.